Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Shakes and Fidget Video. Heute zeige ich euch wie man die Errungenschaft modebewusst bekommt und das ist eigentlich ziemlich simpel. Habe ich auch technisch gesehen nicht selber rausgefunden. Also tatsächlich schon, aber ich bin da nochmal auf sicher gegangen und es gibt tatsächlich einen Forumsbeitrag dazu und zwar von Dan L.D. Skull, einem Spieler, wie ich vermute. Und hier gibt es eben eine Übersicht zum Beispiel für Kundschaft, aber auch für Krieger, welche Sets eben zusammengehören, weil es ist nicht so offensichtlich. Also irgendwann findet man es wohl zwangsläufig raus durch Ausprobieren einfach. Aber was ich zum Beispiel unlogisch finde, ist es gibt einen Heldenpanzer, Heldenstiefel, Prachthandschuhe, Heldenvisier, Heldengürtel und dazu gehört der perfide Vergifter. Also das kann man sich aus dem Sammelalbum tatsächlich herausschließen, aber jetzt so rein von den Items an sich her... Ja, es ist sehr schwierig darauf zu kommen, weil einfach die Itemnamen so gesehen gar keinen Sinn ergeben. Weil ich meine, du hast ein komplettes Design, ein komplettes Set-Design quasi, Helden, 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 Helden und Pracht. Oder dann hier Designer, Pracht, Panzer, Protz. Also so teilweise gibt es einfach irgendwie keinen Sinn, ich meine, das haben sie schon absichtlich so gemacht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich nervig. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt eben diese Helden-Sachen hier zusammen, zusammen mit den Prachthandschuhen und einem perfiden Vergifter. Das heißt, wir müssen jetzt quasi... Also die Prachthandschuhe trage ich schon, dann wechsle ich jetzt auf komplettes Heldenzeug. Muss ich gar nicht, weil ich trage es zum Teil tatsächlich schon. Und dann tragen wir noch den perfiden Vergifter. Und boom. Das müsste uns jetzt eigentlich das Achievement geben. Modebewusst. Sechs zu einem Set gehörende, klassen-eigene Gegenstände tragen. Das ist hier auf der Seite 3, glaube ich. Genau. Und ist eins der ersten Achievements gewesen. Also von den ersten drei Seiten im Endeffekt. Und ich hatte das bisher nicht, was echt crazy ist. Ähm, ja, jetzt habe ich es aber. Endlich. Genau. Und ja, jetzt muss ich jetzt zurück wechseln. Hoffentlich nichts falsch gemacht. Zack, zack. Die Handschuhe waren es noch, ne? Ne, die Handschuhe habe ich gelassen. Die Waffe noch. Dann müsste es eigentlich wieder passen und dann kann ich dieses ganze Glump hier wegballern. Genau. Schauen wir mal kurz, ob meine Boni noch passen. Ich bin ja auch gefühlt der einzige Mensch, der noch ein Farming-Equipment trägt. Vier. Vier. Sieht gut aus. Okay, sieht gut aus. Oh, epische Gegenstände. Stände Chance finden plus 18. Habe ich das echt drin? Lol. Was ist denn war denn das? Haha. Interessant. Naja, auf jeden Fall kriegt man so die Errungenschaft. Und mehr wollte ich euch heute eigentlich auch gar nicht zeigen. Ähm, ja. Andere Errungenschaften, die ich noch brauche. Alle 49 vorigen. Moment. Ja, das muss ich doch eigentlich auch haben, oder? Warte mal, ich re-log mal. Ich re-log mal. Müsse ich die Errungenschaften eigentlich auch haben, oder nicht? Das ist unlogisch, weil ich habe alle Errungenschaften. Kriege aber die 49er nicht. Gut. Dann ignorieren wir die einfach mal. Das würde sie nicht existieren. Genau. Das heißt, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Ah, nee, hier nicht. Ascheberg in der Schattenwelt bezwingen. Das fehlt noch. Naja, und dann hier noch die ganzen anderen Dungeons im Endeffekt. Na gut. Aber sieht gut aus. Wie gesagt, das war eigentlich schon alles, was ich euch zeigen wollte. Nächstes Video wird dann vielleicht sogar schon das Dungeon-Special auf Level 600. Eigentlich wollte ich noch 200.000 Geschick schaffen, aber ich habe gerade nur 193.300. Das heißt, das wird wahrscheinlich nichts. Auch mal schauen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Shakes & Fidget. Haut rein und ciao, ciao.